Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr mit OpenOffice Calc die Anzahl der Leerzellen ermitteln könnt. OpenOffice Calc stellt euch ja eine Funktion zur Verfügung, die nennt sich Anzahl Leere Zellen. Ich habe früher immer gedacht, das Ding heißt Anzahl Leerzellen, aber nein, Anzahl Leere Zellen, ganz wichtig. Und ich werde das einfach mal jetzt hier ausprobieren. Nehmen wir mal an, wir haben eine riesige Datenbank und in der ersten Spalte müsste zum Beispiel sowas immer drin stehen wie Bestellnummer. Ich schreibe das einfach mal jetzt hier hin, bestell-nr.bestellnummer und darunter meinetwegen fortlaufende Nummerierung. Eins und dann kann ich das hier schon markieren, also die Zelle auswählen und über den Anfasser das Ganze hier runterziehen. Und ich mache das mal so, dass wir 15 Einträge haben. Dann geht das natürlich von A2 bis A16. Hier in dieser Zelle möchte ich gerne jetzt die Überschrift haben von dem, was wir jetzt ausrechnen. Und zwar wäre das zum Beispiel jetzt Leerzellen. Ich kürze das mal ganz kurz ab und zwar Bestellnummer. Und hier will ich jetzt zum Beispiel die Funktion mal aufrufen. Ich gebe ein Gleichheitszeichen ein, schreibe den Funktionsnamen, Anzahl, Leere, Zellen, Klammer auf. Und wie gesagt, nicht das E hier vergessen, das war mein Fehler damals. Und auch richtig so schreiben halt. Und dann den Bereich, nach dem wir die geöffnete Klammer hier haben, einfach mit der linken gedrückten Maustaste hier aufziehen. Und ihr seht, die Koordinaten werden eingetragen. A2 bis A16, genau das, was ich ja gerade auch gesagt habe. A2 bis A16 wird das aufgezogen. Wir machen die Klammer zu und drücken jetzt Enter. Momentan bekommen wir natürlich eine Null raus, weil es gibt keine Leerzellen. Hier in diesem Bereich lösche ich jetzt eine Zelle. Zum Beispiel, ich drücke Entfernen, lösche das. Und dann seht ihr, steht hier eine 1. Lösche ich noch eine, steht da natürlich eine 2. Ich habe das Beispiel jetzt deswegen so ausgewählt, weil stellt euch mal vor, ihr habt eine riesige Liste und müsst einfach mal den Unterschied sehen zwischen Bestellnummern und meinetwegen Kundendaten oder die Menge von irgendeinem Artikel oder sonst das. Das heißt, zu jedem Bestellvorgang muss es zum Beispiel auch eine Menge von Artikeln geben und da darf nichts fehlen. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier reinschreibe, Bestell und dann meinetwegen Menge, ich mache das jetzt auch mal ein bisschen breiter hier und habe hier zum Beispiel auch Einträge. Ich trage jetzt einfach mal eine 1 ein, wähle die Zelle wieder aus. Mit STRG-C kopiere ich das oder mit der rechten Maustaste könnt ihr hier auch kopieren und den Rest auswählen und mit STRG-V oder mit der rechten Maustaste und hier über Einfügen die 1 überall einfügen. Auch das will ich jetzt mal zusammenzählen, das heißt jetzt Leerzellen.Bestellmenge. So, ich mache das jetzt auch ein bisschen breiter und hier werden wir die Funktion nochmal ausführen. Und zwar ein Gleichheitszeichen, dann Anzahl leerer Zellen, Klammer auf, dann den Bereich ausgewählt, Klammer zu und Enter gedrückt. Hier ist es natürlich sehr leicht zu überblicken, aber stellt euch mal vor, ihr habt ja 2.000, 3.000 Einträge oder so weit oder sowas und da ist das schon mal nicht mehr ganz so leicht zu überblicken. Und dann wäre es zum Beispiel hilfreich, wenn man sieht, okay, wir haben hier irgendwo eine Differenz. Um die Differenz jetzt zum Beispiel auch mal anzuzeigen, ich mache die beiden Zellen mal ein bisschen kleiner und schreibe jetzt hier einfach mal Differenz und schreibe hier einfach nur mal gleich diese Zelle minus diese Zelle. Enter gedrückt und wir sehen, hier gibt es eine Differenz von 2 und genau das könnte das sein, dass ihr sagt, okay, ich sehe, hier ist irgendein Fehler drin. Es muss auf jeden Fall, darf keine Differenz sein. Es kann ja sein, dass hier auch was leer ist und so kann ja sein, hier gab es irgendeine Löschung oder sonst was. Ihr nehmt die hier zum Beispiel raus und die auch und löscht das halt und sagt, okay, kann sein, das stimmt, aber wir haben irgendwo eine Differenz. Und sobald wir eine Differenz haben, weil zum Beispiel hier ein Eintrag ist, eine Bestellnummer zum Beispiel ist drin, aber es gibt keine Menge und das wäre ein Fehler. Dann seht ihr, oh, hier ist ein Fehler drin, hier stimmt irgendwas nicht, also müssen wir in der Liste irgendetwas ändern und dafür könnte das zum Beispiel genutzt werden. Um jetzt zum Beispiel in die leeren Zellen zu springen, ganz einfach, ist auch super einfach. Ihr klickt einfach auf die Spalte, wo ihr im Prinzip sagt, okay, hier sind zum Beispiel, hier ist eine Leerzelle, aber hier sind es zwei. Schauen wir mal nach, wo das ist und wenn wir eine riesige Datenbank habt, ist es nicht so leicht, hier über den Scrollbalken das rauszusuchen. Geht einfach auf die Spalte, wo ihr zum Beispiel mehrere leere Zellen habt. Und wenn ihr hier drauf seid, könnt ihr mit der Steuerungstaste und mit der Pfeil-nach-unten-Taste direkt zum Eintrag springen, der sich unterscheidet sozusagen. Ihr seht, wenn ich jetzt, ich drücke jetzt einfach nochmal die Steuerungstaste, Leerzelle, Steuerungstaste, Leerzelle. Ihr seht, es springt immer zu diesen einzelnen Bereichen hin und da könnt ihr sofort sehen, ah, hier ist etwas, hier ist etwas und hier muss vielleicht irgendetwas angepasst werden. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert, aber wie gesagt, eigentlich wolltet ihr wahrscheinlich nur wissen, was oder wie man das mit den Anzahl Leererzellen machen könnte. Aber ich denke mal, das sollte jetzt irgendwo klar sein. Ich hoffe jedenfalls, der eine oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen und hat jetzt eine Möglichkeit gefunden, diese Funktion hier auch sinnvoll einzusetzen. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ich euch bei weiteren Videos wiedersehe und natürlich auch über einen Daumen hoch. Bis dann, ciao, ciao! Bis dann, ciao! Bis dann, ciao! Bis dann, ciao!